Entschuldigen Sie, wir sind hier nur falsch. Wir suchen die Organisation Men Now. Glückwunsch, Sie haben uns gefunden. Ich bin Carol. Bitte, kommen Sie doch rein. Aber Sie sind eine Frau. In der Tat, ja. Naja, viele von uns unterstützen die Männerrechtsbewegung. Vielleicht interessiert Sie ja unsere Broschüre. Nein, tut Sie nicht. Wir sind Dienst nicht hier. FBI Special Agency. Und ich bin Dr. Temperance Brennan. Die Leiche von Ihrem Kollegen Emil Bradford wurde heute Morgen gefunden. Oh nein, das glaube ich nicht. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Es war letzten Donnerstag. Hier im Büro. Er ist am Freitag gar nicht gekommen. Aber ich dachte, er würde von zu Hause auch gehen. Alle beide, er und Paul, haben flexible Arbeitszeiten. Wer ist Paul? Das ist mein Mann. Er und Emil haben Men Now gegründet. Naja, ich komme her, wenn es meine Zeit zulässt. Aber für die beiden ist es ein Vollzeitjob. Wo ist er jetzt? Wir müssen mit ihm sprechen. Ja. Tut mir leid, er befindet sich gerade in einer Mitgliederversammlung. Wirklich? Und wir befinden uns gerade in einer Mordermittlung. Und ich verspreche, wir von Men Now werden niemals den Kampf aufgeben. Nicht eher, bis alle Väter ein gleichberechtigtes Sorgerecht erhalten. Nicht, bis der Wehrdienst auch in vollem Umfang von Frauen verlangt wird. Und nicht, solange der Kongress alle Vergewaltigungsschutzgesetze revidiert hat. Das meinte der Karte nicht alles, oder? Sein Standpunkt zum Wehrdienst ist eigentlich stichhaltig. Die Wehrpflicht wurde für 40 Jahre abgeschafft. Aber wenn es eine Wehrpflicht gäbe, wäre es nur fair, wenn sie für beide Geschwächter geht. Und dank der frauenfreundlichen Einstellung des Familiengerichts ist die Institution, die man Ehe nennt, nun die größte Gefahr, mit der Männer heutzutage konfrontiert sind. Also das Schlimmste an dieser Rede ist, dass diese Hörnis ihm zu sterben. Also ich bin nicht überrascht, wenn man bedenkt, dass matriarchalische Gesellschaften schon geherrscht haben vor Paleolitikum bis zu 3000 vor Christus. Ich kann gerne eine reinhauen. Alles, was ich damit sagen will, ist, wenn sich eine Frau wie eine Nutte anzieht, dann müsste sie auch ein Schild tragen, auf dem steht, vergewaltige mich. Ich möchte dem Echter noch unterhauen. Hey!